Das Thema ist weiterhin gerade deine Zukunft. Alle Fans fragen sich verlängerst zu beim FC Bayern. Was kannst du dazu sagen? Ich glaube, da kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, es ist besser ein bisschen Mystery zu bleiben. Aber ich muss sagen, ich bin echt glücklich. Ich hoffe, ihr seht das auch, dass ich glücklich hier bin. Aber ja, mehr kann ich jetzt oder gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Aber hast du für dich irgendeinen Zeitplan, wann du sagst, bis wann du das geklärt haben möchtest? Eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt wirklich, was mein Fokus war, die letzten Wochen, Monate, ist jetzt auch nach der Verletzung fit zu werden. Die kleinen Probleme einfach in den Griff kriegen und dann auch jetzt die Hinrunde einfach gut durch. Dass ich viele Spiele einfacher wähle, wo bin und dann eine gute Hinrunde erst. Und dann in die Winterpause kann ich mir ein bisschen mehr Zeit darüber denken. dass der Fall ist. Ich